Guten Morgen! Ich mache wieder mit Clonoa Leider musste ich die Spiele nochmals aufspielen grosser Teil weil ich nichts speichert habe Ein paar Sachen hier wird das vordere Teil nicht gesammelt Genau Die Maschine läuft Ah jetzt Oh Mann Das wird sehr schön Ich habe keine aufgerätten Die Maschine Ich nehme dich nicht Ich nehme die Sachen Das wir noch nicht Ich sage es auch nicht Ich gebe es nicht Ich sage es nicht Gehen wir hier wieder zurück. Okay, gehen wir hier wieder zurück. Nein! Nein! Ich habe wenigstens alle Herzen. Nein! Was ist das mit dieser Steuerkreuzsteuer? Steuerkreuzsteuer. Nein! Ob hier, oder? Ja. Du, 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 du. Und jetzt? Was soll denn laufen? Jetzt laufen die Maschine nicht. Ich habe die Maschine nicht angeladen. Jetzt lasse ich mich lassen. Es geht schneller. Ja, klar. Sorry. Oh, jetzt. Jetzt ist es gut. Wenn ich auch schauen würde, hätte ich gesehen, dass hier die Zahnräder still stehen. Dann bin ich kack genug. Jetzt komme ich auch nicht rein. Ist ja komisch. Ich hoffe, es wäre auch noch ein Stein gewesen. Genau. Jetzt funktioniert es. Nein, jetzt drücke ich noch den Fälschknopf. Jetzt habe ich den Windknopf. Und jetzt? muss ich aufpassen. Gut. Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will weg da. So. Jetzt? Der Lift da. Und jetzt? Und jetzt? Der ist sicher zum Endgegner, wo ich... Ich weiß, ich bin hinten. Ich bin hinten. Nein! Oh, knapp! Oh! Da können wir da abkumpen und etwas sammeln Das ist so ungewollt komisch! Oh! Jetzt muss man ja draussen finden, wie man den geben kann oder etwas mit diesen Sprungknöpfen Achtung! Von oben? Ja, das wird mich einfach mal killen Ich habe keinen Plan Ah, jetzt muss ich dann mit dem Ding Oh, hier ein Oh, dieounce Oh, das ist hier schon mal ab Ich müsste übernehmen und dann den Doppelsprung machen Kommen die mal. Genau das, aber... Ja, das gibt mich jetzt da gut. Nein, schiessen ist da. Das wird nichts. Das Problem ist, dann machen wir... Dann machen wir keinen Sprung, der wirft ihn gleich ab. Ich drücke aber nicht zweimal. Er sollte zweimal drücken, den abwerfen. Nicht bei einem Mal. Das geht so nicht. Dann wirft ihn gleich ab. Ja, sorry. Hey, ich glaube es nicht. Der wirft ihn ab. Das sollte er eigentlich nicht. Wir sollten zweimal auf Jump Knopf drücken. Nein, ich bin jetzt noch draus. Nein, ich bin jetzt noch draus.